Ja, servus Leute, hier ist wieder euer EditsbyKey. Ich habe mich mal entschlossen, ein anderes Gameplay-Video zu machen, und zwar über Call of Duty 4. Die Hintergrundmusik werde ich dann noch als Link posten. Ja, meine Freundin schläft schon, liegt schon im Bett. Also habe ich mir gedacht, mache ich mal noch so ein Gameplay-Video, ne? Und zwar auf der Map Nuketown, auf Clayman's Server. Und, ja, ich hoffe, dass ich ein bisschen was treffe. Für alle, die Call of Duty 4 noch nicht gespielt haben, ist schon etwas älter. Nicht mehr die neueste Grafik, aber ich finde es einfach nur geil, das Spiel. Und macht richtig Bock. Und ja, lasst mich einmal mal wissen, was ist denn eigentlich euer Lieblings-Call of Duty? Call of Duty 1, Call of Duty 2, Call of Duty 4. Call of Duty 5, Call of Duty 2, oder natürlich Black Ops. Oder halt das neueste, MW3. Ah, schade. Mit dem D-Plus-10-Fail. Ja, ähm, ich spiele hier Pro-Mode. Für alle, die Pro-Mode nicht kennen. Pro-Mode ist ein Competitive-Mode. Also, gemacht für Ligaspiel. Ähm, auch wenn ich nicht so der Pro bin. Ich versuche einfach, um mal so rüber zu kommen. Wasch, der... Ja, was soll's, das ist halt Call of Duty 4. Nicht die beste Grafik, ist halt schon ein altes Spiel. Aber ich find's dennoch immer noch sehr interessant. Ja, ich rekorde nebenbei grad mit Fraps, also kann sein, dass ich ein paar Lags drin hab. Und wenn ihr noch andere Gameplay-Videos sehen wollt, lasst es mich einfach in den Kommentaren wissen. Ich bin bereit, äh, alle Spiele mal zu testen für euch. Und ein paar lustige Gameplay-Movies zu machen. Und jo, in den nächsten Tagen kommen vielleicht noch ein paar Cup-4-Gameplays. Counter-Strike-Go-Gameplays. Ja, fast nix mehr los hier auf dem Server. Hoffe, es wird sich noch ändern. Ha, ihr fragt schon einer, ist Clayman hier. Anscheinend nicht. Oh, mit der Mini-Utzi aus Gold. Hier ist man ruhig wieder Bounce. Oh Gott. Ah, die spawnen ja alle. Ah, er hat schon wieder einer den Bounce versucht. Und haben wir hier den Spawn wieder eingenommen. Geht's wieder auf die andere Seite. Das hier ist übrigens Nuketown aus Black Ops. Nachgebaut von Cup-4-Mappern. Das find ich auch übrigens sehr interessant, dass man sich in Cup-4 seine Maps selber zusammenbauen kann. Auch wenn's nicht mehr das neueste Spiel ist. Naja, der Server hier ist ein bisschen leer. Ich will ja auch mal den Bounce versuchen. Uiih! 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 Und da geht es wieder ab mit der Mini-Uzi. Wo sind die denn? Warte, der lebt noch! Geh weg! Geh weg, Alter! Geh weg! Scheiße, Mann. Jetzt kommt wenigstens noch ein Vierter von den neuen Server. Oh, da ist er schon wieder weg. Na ja, Leute. Das ist aber jetzt ein bisschen langweilig. Ich glaube, ich spiele morgen noch auf dem anderen. Und dann sehen wir uns einfach morgen. Ja, und ansonsten, Schlafgut, ne? Gute Nacht. Und joint auch mal Richie's Server. Der wird sich bestimmt freuen. Vielleicht trefft er ja auch Richie persönlich. Naja, dann hau da rein, ne? Nacht. Gute Nacht. Vielen Dank.